360 Football hier und wir kommen gerade vom Platz und zwar haben wir ein ganzes Innenverteidigertraining aufgenommen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, hier kommt das Video. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 8, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Gut so, schnell rollen. Zieh, zieh, zieh. Andere Schmack. Voll, voll, voll. Jawohl, zieh, 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 zieh. Sehr gut, und weiter, 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 weiter. Jawohl, und weiter, 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 weiter. Okay. Ja, ja, ja. Jawohl, ich like that. Jawohl. Jawohl! Jawohläh, groß哥. Jawohl. Jawohl. Jawohl,bau. Jawohl. 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 Jawohl! Gut! Bis zwei! Kontrolle! Jawohl! Bunko! Und noch einiges! Ja! Weiter! Schwarz! Bunko! 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 Und jetzt trebe debo! Genau! Bits! Sehr gut, sehr gut! Ja! Und noch auf! Jawohl! Oder! Bunko! Bunko! Ja! Vobene, du siehst gut! Bunko! Bunko! Jetzt hier! Ja! Vobene, du siehst hier! Ja! Deine Spieler! Ja! Pasch auf, jahle! Trebe, trebe! Bits! Und ja! Das ist genau! Genau! Ab und her, Timbo, Timbo! Orange! Und ja! Ab und her, Timbo! Schwarz! Ja! Und noch mal eine, komm! Okay! Genau! Direkt! Und drück! Und drück! Ab voren ist schlecht wieder! rewarded! Auf den drücken! Auf den drücken! Gott kann den! Das ist ein zweit. Runde, Rund. Rund, Rund, Rund. Was er schon, Rund. Rund, Rund. Rund, Rund. Ja, ich bin ja. Rund, Rund, Rund. I haveen, ja, ich bin grade. Rund, Rund. Dase ich raus, Rund! Rund. Das ist gut. Das ist gut. Garnet! Brotner! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Drott, nech! Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt! Kalle! Kalle! Du weißt! Du weißt! Kalle! Du weißt! Kalle! 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 Auf Wiedersehen! Ja! 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 Das war's mit der ganzen Trainingseinheit. Da hat es sehr gut gemacht. Can war hinter der Kamera. Ich durfte das Training lighten, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und er wird das Video auch als Bewerbungsvideo verwenden. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt uns eine Nachricht. Und natürlich auch liken, subscriben und ja auch kommentieren, wenn ihr auch noch andere Arten von Videos in nächster Zeit sehen wollt. Bleibt dran, gebt Gas und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bravo, Scootsie!